da lang erstes mal hunger ja 3 ist okay ist völlig okay das heißt jetzt darf keine mauer mehr kommen das sind 1 2 3 viel zu viele räume ich hätte das grab nicht aushebeln sollen scouting keine mauer schon mal gut gut ist gut licht mit der frischen fackel ja so demnächst so neue medizinbeutel wäre eigentlich ganz nett 600 gold sind aber auch nicht zu verachten ist kein surprise okay dann bitte ein von denen beide ist aber eben 18 schaden auf die verteilt kaputt du machst kaputt also die ganzen flächen attacken gefallen ist super dass du das ding hier nicht nutzen kannst verstehe ich allerdings nicht ach so weil er ganz vorne ist ja okay so die mag ich weiter ja fucker könnte ein problem werden ach so ich sollte jetzt langsam aufhören fucker zu benutzen damit wir gleich campieren können um denn volles licht zu bekommen und stress abzubauen raum mit loot wo keine gegner sind das heißt da muss eine medizin drin sein der doktors toolkit ja genau die sind nicht stackbar mein schöner loot ja ich bin gierig ich weiß surprise ok okay 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 ähm nimm 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 guck mal heilung so weg einmal fokussen ne komm einmal fokus schaden machen richtig du zählst als 2 also kann er ja auch single target machen alles kein kit kein kit kein kit kein kit okay okay du musst schnell weg du brauchst einmal licht nee kein licht wegen schlafen gleich okay 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 äh guttenheilung sauber sehr schön noch ein fackel und in den dunklen raum da schlafen wir jetzt da schlafen wir jetzt oh oh ah ok 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 ähm heilung hm ja weiter heilung du musst schaden auf die beiden ja du machst schaden nur auf den einen reicht bei weitem nicht du auch nochmal gut der ist gleich kaputt oder vor trifft er nicht sehr schön noch dunkler der krit wäre schön mit full up der macht nämlich richtig viel schaden äh versuch bitte mal zu stunnen weil den rest heilen wir schon glaube ich bei dem rasten weg auch wenn die chance gering ist ja sehr gut sehr sehr gut so was dann sehr schön noch mehr dunkelheit und ausgewichten das ist sehr gut sonst werde nämlich durchgedreht und ich glaube beim campieren geht das durchdrehen nicht weg jetzt double kill oder so wenn er noch einen lebenspunkt hat dann kommt der krit ja nee ist klar weg gott ok was kommt weg du kommst weg du kommst weg take du bleibst erstmal da jetzt schlafen wir erst und danach machen wir dich auf ja das klingt gut also wir hätten gerne volle ladung sehr schön dann ok bei ihm müssen wir diese sache umbauen ja wir haben alle die falschen sachen also geogon hatte die richtigen sachen aber bei zwei habe ich noch nicht die mühe gemacht gehabt das sollten wir jetzt ändern wir können jetzt nämlich fast keinen stress abbauen wir können stress stress resist aufbauen ja 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 pfff ok das sind das einzige wo wir stress abbauen können mach mal bei ihm bringt es am wenigsten da wo es am meisten benötigt wird das ist nicht gut mehr AC mehr doch doch all companions plus 20 stress resist ja mama und für dich auch nothing will break me zwei punkte mhm mhm den da ne das wird nicht so oft überrascht werden und die anderen häufiger überrascht werden oder ein buff ja doch mach lieber den buff auf full up einfach nur so vorsichtshalber für seinen chuchu ok schlafen das ist jetzt nicht ganz so gelaufen wie ich dachte aber trotzdem schon mal besser als nix as the light gains purchase spirits are lifted and purpose is made clear ok dahin wir müssen jetzt einfach nur noch irgendwann irgendwo rum einmal medizin finden das ja könnte jetzt da schon unterwegs sein wäre eigentlich auch ganz schick weil dann müssten die beiden nicht entstresst werden so dahin genau da drin jetzt zum Beispiel ne fucker äh fucker surprise surprise du geh nach hinten nach hinten nach hinten nicht durchdrehen nicht durchdrehen du dann den da zweimal krit mit derselben attacke von egal du lans glanz lans dann ist die nach vorne suchst gar nicht dran okay dann macht ich sag nix sehr schön mhm nur die jungs echt alle pleite oder was auch immer ja ja 4 Schaden, 12 Schaden, 16 Schaden insgesamt. Ah, es geht noch, es geht noch. Weg. Trotzdem nicht so schön. Ja, was schmeißen wir weg? Crest, ne? So. Dann könnten wir was essen. Wir brauchen nur drei zum Rasten. Das heißt, wir machen mal so. So. Weiter jetzt bitte irgendwo einfach das Pizza-Appel. Da, Medizin. Mist. Ja, wir schmeißen das Essen weg und hauen einfach hier ab. Weil ich habe nicht mehr wirklich Lust auf den Dungeon. Er ist doof. Also, ja, Essen weg. Take all, Mission abschließen. Okay. 12.000 Gold. Ein paar Ressourcen. Ja. Zwielicht gering. Und ein Level Up. Bei Full Up. Ne, hat er ja schon, ne? Ja, hat er ja schon. Nur ein kleines bisschen EP bei allen. Aber Hildegard und zwei sind kurz vorm Level Up. Das sollte weg. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist nicht so gut. Das ist so ähnlich wie neugierig, dass sie dann Sachen aufmacht, die wir eigentlich aufmachen sollten. Aber ob mir das jetzt 1000 Gold wert ist, das weiß ich nicht. Meine Obsession hat diese große Fehligkeit. Und es ist schade, dass ich euch auf dem Bordell beteiligen muss, um es richtig zu setzen. Also, Crestis war im Bordell und ist jetzt, hat einen, hat einen Sprung in seinem Schritt. Also nicht in seinem Schritt. Also, er ist leichten Fußes aus dem Bordell gehüpft. Also, er ist gut drauf. Verständlicherweise. Gibt ihm plus 5 Speed. So. Cracket, du musst trinken. Cookie, du musst trinken. Nein, nicht da. Da. Hildegard, dahin. Full Up, dahin. Nee, 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 nee. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wir könnten noch unten da 3 drüber los. Kuruta, Tal, Kyria. Und 2. Ah. Okay. Ja, gucke ich gleich mal. Wir wollten irgendwo noch irgendwas rauskriegen, oder? Das waren wir jetzt ja eigentlich nicht so ganz wert. Oder was lasse ich drinnen erst mal? Ja. Ja. Kuruta. Du brauchst ein besseres Hue. Besseres Hue. Revenge. Plus 40% Damage, minus 10 Accuracy. Ähm. Ja, nee, ich denke eher nicht. Eine Selbstheilung. Ich glaube, die nehme ich mal mit rein. Weil das Knockback-Nutzen besucht wir gar nicht zum Beispiel. Und das wäre dann sinnvoll, dass wir eher das benutzen. Könnte ich aufstufen. Das wird dann langsam ein bisschen teuer. Ich glaube, ich gucke lieber, was wir hier noch machen könnten. Besseres Blenden. Besseres Vergiften. Das freischalten. Das freischalten. Ah, das schöne Gold. Schöne Gold. Aber das ist schon mal ein Anfang. Ja. Und jetzt hier in einem total dunklen Gebiet. Ah, wir hauen nicht ab. Stopp, 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 zurück. Da ist der komische Frau. Du. Da geben wir jetzt mal ein paar Crests aus. So. Bei 2 zum Beispiel wollten wir... Genau. Alle Companions heilen um 10, kriegen weniger oder haben reduzierten Stress. Das ist sehr gut. Und das, da hätte ich auch noch können. Oh, Mann, das ist geil. Das war super. Nicht gut. Nee, ich gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut.